Hallo, herzlich willkommen bei uns mittendrin in der Region Hochkönig, aber auch hier mittendrin in der Hotelhalle unseres Familienhotels. Mein Name ist Sepp Schweiger, ich bin stellvertretend hier für unsere 150 Mitarbeiter unserer vier Betriebe. Wir haben dieses Hotel so geplant und konzipiert, dass sie die Kinder einfach von der ersten Minute des Urlaubs wohlfühlen bis zur letzten. Der Gedanke ist der, dass einmal im Jahr das Kind oder die Familie da her zu Tante Frieda, das war unser Plan. Und es scheint aufzugehen, weil wir haben so viele Gäste und Familien, die einfach schon öfter jetzt gekommen sind. Wir haben jetzt ein Jahr geöffnet und freuen uns dann eigentlich, wenn wir 365 Tage im Jahr offen haben können. Das ganze Jahr Tante Frieda Urlaub. Natürlich gibt es den Naturraum rundherum, aber viele lieben sich einfach in den Fitnessräumen eine geile Zeit zu verbringen. Nämlich auch am Abend oder in der Früh. Und wir sind sehr froh, dass wir geile Matrixgeräte haben in unseren Häusern. Und so sehe ich immer wieder täglich fesche junge Leute auf. Es ist so, wir haben coole Gäste und die fühlen sich wohl wohl in unseren gut ausgestatteten Fitnessräumen. Und seit Jahren haben wir einen guten Partner mit euch. Und da sind wir sehr dankbar dafür, dass wir eben auch so gute Geräte haben.